In Südkorea konnten sie in der Vergangenheit, wenn sie mit Vorwürfen der Untreue gegenüber ihrem Ehepartner konfrontiert wurden, eine zweijährige Gefängnisstrafe erhalten. Jedoch wurde im Jahr 2015 mit der Änderung durch das Verfassungskomitee Südkoreas dieses Gesetz aufgehoben und nun gibt es keine strafrechtlichen Sanktionen mehr für solche Situationen. In Korea ist es ziemlich normal, jemanden nach seiner Blutgruppe zu fragen, weil die Koreaner glauben, dass die Blutgruppe die Persönlichkeit beeinflusst. Sie stellen diese Frage, um zu verstehen, ob sie mit ihnen kompatibel sind. Es ist oft eine Frage, die gestellt wird, wenn man Freundschaft schließt oder eine Beziehung beginnt. En Korea du Süd, il est interdit de connaître le sexe de l'enfant avant la naissance, car les parents peuvent avoir tendance à envisager l'interruption de grossesse dans les cas où il ne s'agit pas d'un garçon. Bien que cette Situation ait été plus répandue dans le passé, elle a pris fin grâce aux mesures strictes prises par le gouvernement sud-korean. In Südkorea ist der Wehrdienst für Männer eine Pflicht. Während ihres Studiums können die Studenten ihre Ausbildung vorübergehend aussetzen, um den Wehrdienst zu absolvieren. Nach Abschluss des Wehrdienstes können sie ihr Universitätsstudium fortsetzen. Viele koreanische Jugendliche schaffen eine Atmosphäre, in der man beim Bummeln durch die Städte bereits in ihren Zwanzigern Militäruniformen antreffen könnte. Alle gesunden südkoreanischen Männer sind verpflichtet, aufgrund der Bedrohung durch Nordkorea 18 Monate lang den obligatorischen Wehrdienst zu leisten. In Südkorea scheint es keine Rolle zu spielen, ob Mahlzeiten lebendig oder tot sind. Tatsächlich ist in den letzten Jahren der Verzehr von lebendigem Oktopus sehr beliebt geworden. Diese Beliebtheit scheint nicht nur aufgrund seiner gesunden Eigenschaften, sondern auch aufgrund seines Potenzials zur Steigerung des Adrenalins entstanden zu sein. Allerdings verlieren jedes Jahr mehr als 20 Südkoreaner ihr Leben durch Ersticken während des Verzehrs von lebendigem Oktopus. Diese ungewöhnliche Essenzwahl bringt nicht nur ihre Popularität mit sich, sondern auch die damit verbundenen Risiken. Untertitelung des ZDF für funk, 2014